Es ist wieder soweit. Willkommen zu meinem dritten YouTube-Video. Wir springen zurück zu dem Moment, wo es noch Buyback-Solo in Warzone gab, was absolut der beste Modus ist, meiner Meinung nach. Und hier eine Runde, fast 30 Kills mit Win, ohne zu sterben, in einer schönen Sniper-Runde mit einem Quickscope-Win. Schaut es euch gerne an. Würde mich freuen, wenn es euch gefällt. Lasst Liebe da, einen Daumen hoch, einen Kommentar und ein Follow. Schaut gerne im Stream vorbei. Würde mich riesig freuen. Hm. Pechtel, immer musst du fighten gehen. Komm doch mal her. Ja. Null. Scheiße. Klippi. Enemies dropping into the A.O. 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 Würde mich riesig freuen und bis zum nächsten Mal.